Kommen wir nun zum nächsten Thema. Ich wollte über die Existenz Gottes sprechen, beziehungsweise die Existenz Allahs. Und ich habe euch gesagt, dass ich über Ramadan eine Serie machen will mit Fundamente des Imans. Und wir haben in der ersten Lektion gesprochen über den islamischen Monotheismus und das, was andere Menschen Monotheismus nennen, Juden und Christen, und sind darauf gekommen, dass aus der islamischen Perspektive die anderen Arten, die Monotheismus genannt werden, kein wirklicher Monotheismus sind, Juden und Christen. Dann haben wir darüber gesprochen über die Huld des Tauhids. Was der Tauhid macht, wie wichtig der Tauhid ist. Dann haben wir über Tauhid Rububia gesprochen, gestern. Heute möchte ich mit euch über die Existenz Gottes selber reden. Existenz Gottes selber. Und hierzu muss ich erstmal etwas sagen. Wenn wir, und das ist vielleicht ein wichtiges Verständnis, was man haben muss. Ich habe hier mal einige Bücher, die ich habe hier zu Hause rausgesucht. Akida-Bücher. Hier ist zum Beispiel ein Buch von, das heißt von den zwei Imamen, Abu Zora al-Razi und Abu Hatim al-Razi. Die sind 264 und 277 gestoppt. Das sind so richtig alte Bücher von den Selef. In dem ganzen Buch findest du nichts über Beweise für die Existenz Gottes. Dann habe ich hier das Buch. Rayya tul minna, fischar akidati al sunna. Akidati al sunna ist ein Methen, den hat Sheikh Uthemin geschrieben. Rahm Allah, ihr wisst ja schon, von dem nehme ich viel. In dem ganzen Buch findet man nichts über Existenz Gottes, in dem Akida-Buch. Kitab Tauhid, auch Shar al-Uthemin, man findet nichts über Existenz Gottes. Dann habe ich hier Ma'arj al-Kabul von Hafid al-Hakami. Nichts über die Existenz Allahs. Dann habe ich hier Shar akidati al-Tahawiyah. Nichts über die Existenz Allahs. Beweise oder so dafür. Und hier muss man sich einer sagen, warum ist das so? Warum findet man in diesen älteren Akida-Büchern und selbst in den Akida-Büchern, die nicht so alt sind, wie solche Methen, Akida al-Sunna wal-Jamal von Sheikh Uthemin, warum findet man nichts zu der Beweisführung, dass es einen Gott gibt? Warum nicht? Warum ist das so? Ich helfe euch auf die Sprünge. Akida-Tahawiyah zum Beispiel, da findet man viel über Kadar. Das ganze Buch ist voller Kadar. Die sechste Säule des Imams. Akida wa-Satiyah von Sheikh Uthemin, alles geht um, oder nicht alles, ihr wisst, was ich damit meine. Vieles geht um Namen und Eigenschaften. Dann, Kitab-Tahawiyah von Muhammad al-Buhab dreht sich um, hauptsächlich um Tawhid al-Uluhiyah. Das heißt, die Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Man sieht, was sieht man daran? Die Gelehrten der Zeit haben immer Akida-Bücher für ihren Bereich gemacht. Für das, was gerade die Fitna des Tages gewesen ist. Und dieses Thema Atheismus, dass es Leute gibt, die den Glauben an Allah verleugnen, dieses Thema gab es nie. Und deswegen findet man davon so gut wie nichts in den alten Büchern. Was heißt das? Das heißt, wir müssen heute, und das ist etwas, was viele Geschwister auch, die sich mit Tawhid al-Ulm beschäftigen, nicht so wirklich realisieren, dass sie einfach Bücher studieren, die vielleicht sehr gute Bücher sind, aber Themen, die sehr relevant für uns sind, Themen, die sehr relevant für uns sind, außer Acht lassen. Okay? Weil es diese Themen zur damaligen Zeit nicht gab. Oder die geringschätzen, nicht außer Acht lassen, geringschätzen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Vortrag komme über die Existenz Allahs, dann sagen sie, ey, was redet ihr über die Existenz Allahs? Mach mal lieber einen Vortrag, die Leute müssen das und das lernen. Dabei ist gerade dieses Thema, ja, mit der Existenz Allahs, ein Thema, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Sehr, sehr wichtig ist. Okay? Warum? Weil viele Jugendliche aus der Religion rausgebracht werden. Auch in islamischen Ländern, in Pakistan, in Saudi-Arabien, die Scheinargumente der Atheisten werden verbreitet. Und das gab es zur damaligen Zeit nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Jugend auf solche Themen vorbereiten. Okay? So. Dass wir die Jugend auf solche Themen vorbereiten. Denn sie haben selbstverständlich was mit der Akida zu tun. Wir haben mit welcher Säule des Iman, mit welcher Säule des Imans hat der Glaube, hat die Glaube an die Existenz Allahs etwas zu tun? Komm, drei Mal dürft ihr raten. Boah, hier sind ja Nachrichten ohne Ende. Die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Ich bin ja am scrollen, ja. Mit welcher? Die Erde ist laut Ibn Uthamir nicht flach, sondern er sagt das Die Gelehrten sind sich einig, dass die Erde rundlich ist. Deswegen bitte keinen Schwachsinn labern. Okay. Der Glaube an Allah, genau die erste Säule. Woher haben wir diese Säulen des Imans? Zum Beispiel aus dem Hadith Jibril. Jibril kam in Form eines Mannes zum Propheten in die Moschee. Ganz weiße Kleidung, schwarze Haare, ein bekannter Hadith. Und setzte sich zum Propheten, setzte seine Hände auf seine Schenkel und setzte sich ihm so gegenüber und sagte, verkünde mir vom Islam. Berichte mir über den Islam. Dann sagt der Prophet, selbst nennt er die fünf Säulen des Islams. An tukmida billahi an tashara an la ila 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 allah wa anna muhammadur rasulullah wa tukim assalawa tute zakah wa tasumur ramadant wa tuchujjul bayd in statata ilayisabila. Okay. Das heißt, die Shehara, das Gebet, zakah, fasten, hajj. Dann sagt er, ach, berne an al-Iman, verkündeme vom Iman. Dann sagt er, an tukmina billahi wa malaikatiba kutub wa rusul yom al-akhir wa antukmina billahi kadari khairi wa shari Dass du an Allah glaubst und seine Engel und seine Bücher und seine Propheten am jüngsten Tag und den Kadern mit seinem Guten und seinen Schlechten. Das heißt, der Glaube an Allah ist die erste Säule des Imans. Die erste Säule des Imans. Und natürlich gehört dazu der Glaube an die Existenz Allahs. Der Glaube an die Existenz Allahs. Jetzt meine Frage an euch. Guck mal. Zur damaligen Zeit, zur Zeit des Propheten, gab es dort Atheisten? Nein. Gab es dort Juden? Ja. Gab es Christen? Ja. Gab es Majus? Ja. Gab es arabische Götze? Ja. Ihr könnt das nachschauen in meiner Serie über Sira, wo ich über die verschiedenen Religionen damals auf der arabischen Halbinsel spreche. Okay. Wir haben gesagt, die Gelehrten haben so gut wie gar nicht darüber geredet, über die Existenz Gottes. Fast gar nicht. Es gibt einige Überlieferungen von Abu Hanifa etc. Aber im Grunde genommen war das kein Thema gewesen in den Büchern. Okay. Wo ist ein Vers im Koran, der bis heute bis heute der absolute Maßstab ist für die Widerlegung der Atheisten bis heute? Es ist ein Vers und der gibt einen Weg, wie man mit einem Atheisten diskutiert. Wo ist er? Komm Jungs, Mädels. Ja, Götze sind falsche Götter. Falsche Götter. Alia Bátila. Was ist über das Thema, in schaala, in einer anderen Aussage. Und wir haben das noch einmal gesagt. In der Zwischenzeit, der Tauhied der Rebubie ist, dass er der Tauhied der Tauhied von Allah in der Tauhied oder was er von der Tauhied von der Tauhied und der Tauhied und der Tauhied Das ist der Tauhied für die Tauhied und der Tauhied von der Tauhied Sehr gut, Jesse 95, super, super, sehr gut. Du hast den Vers nicht ganz gesagt, aber du weißt, was ich meine. Sura 52, Vers 35. Sind sie aus dem Nichts erschaffen worden oder haben sie sich selber erschaffen? Sind sie aus dem Nichts erschaffen worden oder haben sie sich selber erschaffen? Denn wenn wir uns bewusst sind, dass diese Welt real ist, um uns herum alles ist real, okay? Und alles, was wir haben, hat eine genaue Ordnung und einen genauen Plan. Ein kleines Detail verändert sich, alles bricht zusammen. Wenn die Erde nur ein wenig näher zur Sonne wäre, alles würde verbrennen. Wenn die etwas weiter weg wäre, alles würde erfrieren. Die Ozonschicht, wenn es sie nicht gäbe, die Strahlen würden uns vernichten. Wenn die Luftzusammensetzung ein bisschen anders wäre, mit Kohlenmonoxid und Sauerstoff etc., würde alles kaputt gehen. Wie kann so etwas zustande kommen? Entweder es hat sich selber hervorgebracht oder es ist einfach so entstanden aus dem Nichts oder es hat einen Schöpfer. Das heißt, haben sie sich selber erschaffen, sind sie aus dem Nichts entstanden und haben sie sich selber erschaffen. Genau das steht dort. Das ist eine ganz logische Herangehensweise zur damaligen Zeit. Jetzt können wir ausschließen, dass sich das Universum einfach so entstanden ist. Von Nichts kommt nichts. Wenn du zum Beispiel jetzt bei dir, ihr sitzt wahrscheinlich bei euch zu Hause. Wenn du jetzt aus deinem Raum rausgehen würdest und mauerst die Tür zu. Du machst dann eine Mauer hin. Und kommst 20 Jahre später und machst die Tür auf, da wird ja kein Elefant aus dem Raum rausgelaufen kommen. Wo soll der herkommen? Von Nichts kommt nichts. Das ist eine ganz rationale Herangehensweise. Zweite Sache. Und hier sieht man, wie der Islam den Verstand anspricht. Die nächste Sache. Die nächste Sache. Das ist eine große Sache. Herr de Mohim. Auf jeden Fall. Nochmal darauf zurückzukommen. Das heißt, aus dem Nichts hat er sich nicht erschaffen. Von Nichts kommt nichts. Zweite Sache, hat er sich selber erschaffen. Wie will jemand, der selber nicht da ist, sich selber erschaffen? Also was bleibt ihm übrig? Es muss einen Schöpfer geben. Und dieser Schöpfer muss was sein? Er muss bestimmte Eigenschaften haben. Und deswegen, liebe Geschwester, werde ich inshallah morgen nochmal auf dieses Thema intensiv eingehen. Mit Beweisen für die Existenz Gottes. Das war heute nur die Einführung, weil wir auch über verschiedene andere wichtige Themen gesprochen haben. Das ist Sura 52, Vers 35. Sura Tutur. Natürlich. Wenn jemand Hanafi Medhab ist, sollte er dann trotzdem Videos und Wissen von anderen nehmen, natürlich was ist dabei. Leute, sowas ist doch alles nur, guck mal, Leute, die einem sowas erzählen. Du darfst kein Wissen nehmen von jemandem, der einer anderen Meinung und so weiter ist. Das sind doch Leute, denen geht es um Macht. Denen geht es um Machtgier. Die wollen dich nur halten. Die haben Angst, dass du irgendetwas anderes als richtig erkennst. Wisst ihr, wie die Gelehrten sind? Zum Beispiel Cheikh Hothaym, er hat kein Problem damit, wenn du zu ihm kommst und du betest anders. Aber hier gibt es manche, der geht zum Beispiel mit den Knien auf den Boden, wenn du da hinkommst, du gehst mit den Händen auf den Boden und sagst, ja, ich teilef zwischen den Gelehrten. Kein Problem. Ganz genau, Medhab sind keine Religion in sich selber. Man muss den Rechts schulen. Ich habe einen Vortrag darüber, mehrere Vorträge darüber. Zum Beispiel Fikul Hanbali, Teil 1, rede ich sehr intensiv darüber. Dann in meinem Vortrag die Entwicklung der Rechtsschulen, Entstehung der Rechtsschulen. Dann habe ich einen Vortrag, Diskussion mit türkischem Bruder über Medhab, wo ich darauf eingehe. Die Rechtsschulen sind ein Hilfsmittel, keine neue Religion. Es gibt Leute, die behandeln die wie eine Religion. Du darfst nicht dies, so darfst nicht das. Das haben die Gelehrten der Rechtsschulen nicht damit erabsichtigt. Wie ist der Islam mit der Evolutionstheorie zu verbinden? Der Islam negiert einige Bereiche der Evolutionstheorie, aber nicht alle. Und das, was der Islam negiert, das müssen wir negieren, nämlich, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass das Leben ursprünglich aus einem Zufall aus einer Zelle heraus entstanden ist, die erste Zelle sozusagen, das müssen wir negieren. Und selbst das sagen einige Gelehrten der Evolution, oder Vertreter der Evolutionslehre nicht. Das müssen wir negieren. Ansonsten kann es sein, dass es bestimmte Lebewesen gibt, wie durch den Kadarat, die Bestimmung von Allah, die Bestimmung von Allah, durch einen evolutionären Prozess entstanden sind. Das heißt, durch das Lenken von Allah, zeigt mir ein Fest, der das negiert. Und damit machen wir es uns wesentlich leichter in der Argumentation mit Vertretern dieser Theorie. Er ist Unfug. Welche Tochter des Propheten soll er denn getötet haben? Es ist schlimm, nach dem Fastenbrechen zu rauchen. Schlimm ist relativ. Es ist eine Sünde. Wer hat Gott erschaffen? Niemand. Weil etwas, was kein Anfang und kein Ende hat, braucht er keinen Schöpfer. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schalt morgen ein. Inschallah. Gut, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir hören uns. Macht's gut. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.